Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Sidney und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Gaming-Kanal. Sidney Gotti ist wieder da und zwar mit einem geilen Duel-Commentary zusammen mit Niklas Wilson. Hey Freunde, freut mich, dass ich hier sein darf. Hab mega Bock. Wir sind in den Rivals und gucken, was heute geht. Ja, ihr seht schon, wir spielen heute den Co-Op-Modus. Rivals kann man jetzt zu zweit zocken, zwei Controller, eins Spieler. Schick mich! Division 1 Gameplay gibt es hier. Ne, Division 2. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst gerne mal einen Like da und gerne mal reinschreiben, was ihr sonst noch sehen wollt. In dem Sinne, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ist auch nicht nachkommentiert, sondern Live-Kommentary. Leute, denkt dran, Bananenbrot. Bananenbrot, direkt mal in den Kommentaren. Warum Bananenbrot? Das ist Davis am liebsten. Wir haben Davis nur im Team. Schick mich! Ja, nein. So, bleib mit dem Tempo. Toppel. Boah, wenn du den... Boah. Was? Alter! Hüppaa! Er quittet! Hast du den mit der Aki gesehen? Nee! Nee! Nee, wieder schlecht wie wir spielen. Der geht raus. Freunde, ihr seht, das Gameplay macht nicht nur unglaublich Bock, sondern es ist auch schwer zu verteidigen. Alter. Freunde, wir sind heute hier... Ich kann gar nicht. Was habe ich gemacht? Da drüben. Ich weiß nicht. Ich bin... Ich bin blau. Ich bin blau. Ja. Okay, ja, ich bin wirklich blau. Yeah. Swanson läuft. Weiter, weiter. Hey, warte, hey. Ich hab Mitte. Hüpp! Wir sind in Division 2, by the way. Also... Hohes Niveau. Verlagern. Klatschen. Waaah! Ich klatsch? Lauf. Hä? Rückraum. Oh ja. Noch einen weiter. Noch einen weiter. Ui! Ich hab' ich hab' gedreht. Sophia Smith. Babygirl. Kurz. Oh. Hä? I. I. Nää. Weiter! Nää! Nää! Ablegen? Noch einer? Ja, jetzt drüben. Ich geh' tief. Oh! Ah! Ich übe direkt Druck aus. Jetzt komm' ich auf IV. Nein. Oh. Zähltro? Bravo. Da kann ich. Epa! Epa! Hörst du, Brasilo? Wie ist das schlecht? Hä, wie schön war das gespielt? Hopp! Got it! Wir sind scheiße, Chat, ne? I. Oh, I. Was war das für den Sound? Ich glaube, wo? Ja, gut gelöst. Ich stelle mal außen. Schön. Ja. Ich helfe dir nochmal. Jetzt hier. Noch dann? Ja. Oh! Schön gespielt. Das ist Fußball, Chat. Ganz die Linie. Ah, okay. Gute erstattet. If they play. Kriegst du direkt einen weiter? Schade. Boah. Bleib drauf. Du hast Mitte. Aha. Gut. Unser Ball. Doch. Geh trotzdem. Geh trotzdem. Hab ihn. Bleib du Mitte. Yes. Und jetzt geht's schnell. Hab ich. Schön. Jetzt. Oh. Ah. Und dann mit. Wieder. Oh, abseits. Hast du's gemacht? Theo, danke für 10 Gipshubs. Theo. Vielen, vielen Dank. Was hast du gemacht? Was hast du für eine Taste? L2. Du hast keine Ahnung. Doch, L2. Vierck. Ah. Bravo. Bleib drauf. Gut. Bravo. Hier. 1 Ribi. Mach ihn. Dann mach ihn. Dann mach ihn komplett. Bravo. Ui. Lange. Und rechts. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ja, okay. Ich hab Mitte. Ja. Älter. Yes. Yes. Kommt. Ein Kontaktlinie. Und da. Wieder. Oh. Kein Problem. Ab. Das ist der Weg. Das klappt nicht mehr. Gut. Wie? Wie? Ich muss den. Ich muss den schicken. Du hast den Sport direkt erkannt. Ach. Ist das Pflicht. Ich hatte Angst, dass der nicht reingeht, ne? Dass ich nicht abspiele. Wow. Biung. Mitte. Boah. Appa. Appa. Was? Das war nicht mehr Abseits, ne? Alter. Ich schwöre, ich hab gedacht, das war Abseits. Das spielt. Gut Spiel. Ich würd dir gerne in die Hand geben, aber... Nein, nein. Wir machen das so. Ja. Ich halt die West, Hände sind nass. Freunde, wenn ihr Bock habt, ich bin eh nach der Aufnahme noch bereit und würde ein paar Teams werden. Wir gehen auf eine Diddy-Party in den Dings in Amerika. Jetzt mal Real Turk, würdest du auf eine Diddy-Party gehen? Wer ist da so alles? Gute Frage. J-Lo und so. J-Lo und so. Ja. Ich sag dir fünf Gäste. Okay? Mehr nicht? Ja, nee. Das sind erstmal fünf. Zwei von den Kardashians. Welche... Ich bin da mit Gleit-Gil. Baby, all you know what I'm saying? Ich kann meinen Arsch einölen. So, und wir haben auch schon unseren nächsten Gegner. Und zwar mit dem Frankreich-Wappen. Okay, ich bin blau. Ich bin rot. Ich sag, das wird ein Job-Dunning. Ey, warte mal. Haben wir nicht schon unsere Wands? Nee, du hast zwei. Wie? Guck gar nicht. Hab ich auch gesehen, Binder. Ach. Ich kann gar nicht nur zwei haben. Warum? Wir haben vier oder so. Ah, stimmt. Wir haben ja sogar... Gerade eben wieder hingeholt, ja. Wir haben zwei geholt, so. Ich glaub, wir haben drei. Ich geh hoch. Ich bin da in der Mitte. Ja, damit... Mitte. Aus geht. Jetzt. Hinterlaufen ich. Ich glaub, Elende lang. Bravo. Genau, der ist es sogar. Ist das mir ab? Mach er ein. Ich lieb das von dort, einfach R1 durchzulaufen, ne? Aber ich brauch bei mir... Ich brauch immer einen Winkel so. Ich mag es, wenn man diagonal so... Komm, quer in die Mitte jetzt. Boah. Habe ich. Alter. Boah, Mitte ist offen. St behandelt. Jetzt. Boa. Boah. Ich laufe tief mit. Ja, ich nicht. Stechen! Ah, gutes Kommando. Chat, der König ist da. King Ewecker. Es ist King. Oder bei dir ist immer. Sieh auf, Big Boss! Wenn du zu Amerika. Zentrum? Ein Nativ. Oh ja. Nee! Nee! Boah! Unser Ball! Was machst du so fit? Wer? Du? War gut, ne? Nee, Aue ist Helm. Wir kommen in Amerika. Onkel Keef. Ich sage immer Onkel Keef besuchen. Ich komme an Zentrum. Ach. Ach, ich weiß, wer ich nicht wollte. Ja, ja. Immer noch. Gut Fitna gemacht. Habt ihr gemerkt? Nein. Er hatte sogar schon ein Handy in der Hand. Ja, ich... Das wird einfach Onkel anrufen. Das geht ruck-zuck. Es wird einfach Onkel Kiefer anrufen. Er hatte wirklich schon ein Handy in der Hand. Ich mach Außen zu. Nein. Ich mach Spitze. Warte. Nein. Ich mach Außen. Jetzt. Ich mach da so mit E1 dribbling, Alter. Mann, der ist gut. Oh ja. Nein. Wie könnte der so einen Spin haben? Wie könnte der so einen Spin haben? Nein. Den hätten wir haben müssen. Ich geh innen. Hab ich vor. Schön. Bravo. Yes. Ich dachte, du machst den nicht. Doch, Bruder. Die Musik. Das läuft. Das läuft. Das läuft für die Musik. 10 von 10 schlecht nachgemacht. Jasper lang für 28. Doch. Mal als erkannt. Jasper, mach mal 5 bei 28 Monaten, Bruder. Ich find Schuamini mit dem Ball richtig stressig, ne? Ist doch eine Goldkarte. Nach jedem Tor abklatschen. Umarmen. 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 Schuamini. Nach jedem Tor umarmen. Ab jetzt. Willis Hand ist zur Nase. Ich will die nicht anfassen. Nein. Umarmen. Ich geh Linie. Ah. Jetzt. Ah. Ich kann sogar nach vorne aufdrehen. Stark. No. Ah. Kili. Stopp jetzt. Jetzt. Ah. Nein. Musik wird immer verrückter. Stimmt. Mal von welchem Song davor war, aber ich hab's nicht raus. Abseits. Ich weiß nicht mehr wie das ging. Nein. Doch. Von Halle oder nicht? Bruder, bei dir hört sich das so verkehrt an. Du sagst Ling 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 Ling. Er sagt Ling 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 Ling. Ist es Ling Ling Ling? Oh mein Gott. Na. Hä? Ich dachte er war dran. Okay. Anschlussbar kriegen wir es hin? Äh. Ich spiel zu dir. Dann rüber. Und dann ne? Mach mir einfach mal. Scheiße. Jetzt. Lass nochmal voll Fokus. Jetzt. Spitze? Nee. Ja. Ich weiß. Mitte. Okay. Ruhig. Bap. Ich treffe mal an. Mhm. Bravo. Äh. Ein bisschen zu viel. Ich werde eigentlich Crash wieder machen. Unsauber Männer. Yes. Bleib direkt offensiv. Ah. Warte mal. Ey Digga. Das ist hektisch auch. Ja. Mitte. Hab. Ich bleib offensiv. Kommt ein Querball jetzt hier. Bap. Bap. Gut. Mach ihn. Boah. Okay. Weiter. Weiter. Wieder quer. Boah. 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 Yes. Mit umarmen. Boah. Boah. Schön. Die Terps. Boah, dass Kielern sich aber da so durchsetzt. War crazy. Chat, wer feiert die Musik? Liebe, Liebe. Was war dein erster YouTuber den du geguckt hast? Den ersten? Saraza und Kronk. Was? Wie? Wie was? Was ist Saraza? Was? Saraza Slido? Nein, Saraza. Das wird ja wie ein Geschichtenerzähler. Boah, crazy. Du erzählst irgendeine Scheiße. Nein, Bro, ich hab Saraza immer geschaut. Blatt hat keinen Kronk geguckt. Bro, Kronk, Let's Plays. Geilste, was gibt NoCat mit seiner tiefen Stimme? Okay. Ausgedanced, Chat. Was war deiner Erster? KSI. Echt jetzt? Sag mir mal ein paar YouTuber, ob ich die kenne, wo du denkst, dass ich... KSI. Ja, kenne ich. Deji. Deji? Comedy Shorts Gamer. Nein, Bro. Yo, Guys, Comedy Shorts Gamer hier. Nein, Mann. Sein Bruder. Nein, ich hab nie gehört. Nicht? Ich hab nie gehört. Road to Shaw. Nein, ich hab nie gehört. What the fuck? Massive. Massive. Äh, LP. LP ist crazy. Real FIFA HD. Ja, ja, nee, oder? Nein. Hamburger Young Stars. Sicher irgendwie. Sicher irgendwie. Gar nichts. Mert Matan. Ja, Mert Matan kenne ich. Albert Osson. Ja. Ich dachte früher immer, ApoRed ist auch der beste Fortnite-Spieler der Welt. Safe. Also wirklich, also ich war fest davon überzeugt. Nein. Ja, spiel quer. Das war dumm, Bruder. Egal, das Anschluss-Bug. Das war kein Anschluss-Bug. Klatschen. Jee. Ja, Mann, kenne ich auch. Seabess und so. Zehn Dinge. Aber ich kenne nicht so Legends. Ach, oder. Ohne Teuter. Ach, scheiße. Du hast früher auch extrem viel Dinge geschaut. Kommanderkrieger, oder? Okay, Leute. Wir haben leider unser letztes Spiel verloren. Aber das war es erstmal mit dem Video. Das gelagte das. Aber wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Ciao.